Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Uncharted 4, Achieve's End. Weiter geht es hier in dieser Einöd-Insel. Wobei es sieht eigentlich mehr nach Dschungel aus. Jupp, da kommen wir ran. Dann darüber würde ich mal... Ach du Scheiße, da ist ein Sniper noch irgendwo. Oder haben sie mich gleich mal wieder ausgeschaltet? Gleich zu anfangen geht gut los der Part. Daru am besten. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Ich hänge hier nur so rum. Was machst du so? Ich hör da die ganze Zeit irgendwo einen reden. Das blieb einen drin run. Oh die Frage ist alle morgen. Danke 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 Danke. Was Rememberado Carmen ... .... Oh, shit, shit, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 Junge, wo bist du? Guter Schuss Nathan War's das jetzt? Nee, der Sniper ist natürlich noch da Dieser ekerhafte Sniper War's das jetzt? Hoffentlich war's das jetzt mal Weil man da mal ordentlich Muni verpasst Mist, der hat... Ah, aber der hat eine Granate Aber der hat dann so'n scheiß Shotgun-Gewehr Ist hier noch irgendwas... ...was man mitnehmen können? There we go Ah, guck mal, der hat noch was Der hat auch mal ne anständige Wumme Da wäre das Sniper gewährt, das nehme ich von mal nicht mit Das hat zwar geil... ...geile Mun... ähm... Kraft Wenn du da... ...disse schön verstecken kannst, aber es hat... ...zu wenig Schuss dafür Hier... Sieht schon irgendwie geil aus, aber wohin? Ich dachte schon, das packt ja nicht deine Hilfe Ich dachte schon, das packt ja nicht deine Hilfe Okay, jetzt sind wir wieder da, wo der Typ mit der Shotgun... ...liegen geblieben ist Du hast nichts mehr für uns... ...hast du noch etwas für uns... ...nein, auch nicht... Hier war doch irgendwo sowas, wo man sich einhaken konnte... ...und... ...und... ...was ist das denn jetzt? Oh... ...hast du... Hier rüber? Weil ich will nämlich da hoch Weil ich will nämlich da hoch Das reicht von der... Reichweite Ich habe noch überlegt, ob das... reicht als er kann man doch im Prinzip her jetzt eine Kussurz das doch nicht so machen sondern so merkt es doch mal da gibt es weniger Probleme an ich glaube der Weg war der richtige die Frage ist aber jetzt wo lang wo wir lang aber das klären wir im nächsten Part würde ich mal sagen ich muss ja nämlich mal eine dringende Pause einlegen ja und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Part wieder ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzutauen ich bedanke mich für jeden der zugeschaut hat und ihr wisst was zu tun ist wenn ihr dieses Video oder den Kanal unterstützen wollt mit einem Like einem Kommentar oder einem Abonnement bis zum nächsten Mal Tschö mir rö